Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu einem kleinen Rundchen statt einem Fluss mit dem Madpusher und dem Ram, also Fabian und so. Und wir gehen mal gleich los mit dem Buchstaben T. Äh... Ja... Ich bin schon immer voll im Flow drin. Hm, das hatte ich grad irgendwie schon, das ist gut. Ja, vor allem... Hä, wir hatten T noch gar nicht. Doch. Doch hatten wir. Echt? Ganz, ganz, ganz vorhin alle. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Äh... Ich... Mir fällt schon wieder nix an. Ah ne, die hat mir nicht zu Ende gespielt, die Runde, lass es mal. Ähm... Stinkende Sachen. Was sind denn verkackt? Die stinkende Sachen mit T. Sag's mir. Also außer dein Gesicht. Oh, mir liegt's auf der Zunge. Ja, mir auch. Oh, f*** dich! Wie wir beide... Wie wir beide Trier haben einfach, ja. Ja... Der Tierficker... Der Tierficker... Der Tierficker ist schön. Oh, der Lord of the Rings. Zip mich. Der Big Bangs! Oh, schon wieder, ja. Der Klavino war voll gut, Alter. Total LP. Ist mir wieder nix eingefallen. Ja, es gibt's bestimmt! Gibt's bestimmt! Total LP! Ich hol mal mein Handy raus und google mal. Oder Matt mach du mal bitte. Ich kann ja nicht, ich kann nicht raustoppen. Es gibt total LP. Ach, halt die F***. Und er hat ein Minecraft-Kopf als Profilbild. Geil. Und er hat ein Dumpstrip-Intro! Alles... Alles, was... Egal welches Wort, hängt hinten dran LP und es ist ein Minecraft-Player. Das ist ein Minecraft-Kanal mit Dumpstrip-Intro! Immer, ey. Ja, das stimmt. Was ist denn bitte das für ein Band Musiker? Was? Bei RAM. T. Hallo, wer kann's dir nicht? T. T. Ach so, Leute! Ich war grad dabei. Moment mal, neben's sag grad ganz komisch aus, weil wenn ich das durchstreich, dann sieht es... Tomate, die vergammelt ist, tote Leiche, in Klammern ja, ja okay. Ja, in Klammern wollte ich schreiben, ja, ne tote. Und was Dinge, die weh tut, treten ihn im Auge, alles klar, bestätigen. Neut muss noch was drücken. Neut muss noch was drücken. Neut muss noch was drücken. Moment mal, Neut muss noch was drücken. Neut muss noch was drücken! Neut muss noch was drücken! Dankeschön. Was? Ja, man... Unten sind unsere drei Symbole und wenn da so ne rote Uhr angezeigt wird, dann ist der AFK. Ja, dann muss noch irgendwas einmal wieder ausklicken. So, statt. Dann mit E. E hatten wir auch schon, ne? Bestimmt irgendwann schon mal. Wir eh nicht eben gerade schon? Ähm... Aber nicht in dieser Runde. Doch hatten wir! Nein. Aber nicht wie wir aufgenommen haben. YouTuber mit E. E. Ja egal. Ist mir egal. Ha...ich weiß wie du nimmst! Der Pool ist... Da bin ich.. Das hatte ich noch Block. Dann hast du auch keinen Punkt!? Dinger, die stinken, sind so dumm bei mir, Alter. Etwas, was wert wird. Och, nee. Mal's mal. Entenhausen, Junge. Wie soll ich denn da was? Entenhausen gibt's. Nein, nein. Gibt's. Nee. Nee, nee. Alter. Nee. Ich googles Entenhausen, wenn's das nicht gibt. Ich hab noch Gangster-IP auf dem Zeichwort. Ich weiß, dass das halt hier... Na ja, Dacken ist doch kein Schiffwort. Doch, man, es gibt Entenhausen. Im Dackpedia steht es. Ent... Im Dackpedia steht es. Na, dann muss es ja auch stimmen. Natürlich, Ram. Natürlich. Im Dack... Hallo, Tricks. Filme, Serie, Elton. Ich sag ihm, wir hatten das eben gerade schon. Elton, Enziferum, na, ist doch schon alles. Ja. Das ist doch wieder alles. Ja, das ist doch wieder eben gerade. Eis, das ist geschmolz und vergammelt. Ja, das war gut. Eiternde Hoden, geil. Etwas da ist auch geil. Ja, ich weiß, bin ich fertig geworden, weil ihr schon wieder... Eiswaffel im Arm. Und ein Eier-Tritt. Tut weh. Auf einer Eiswaffel im Arm kriegst du nicht durch. Ist egal, wenn du mit richtig doller Wucht da raufkriegst und die Eiswaffel aus Stahl ist. Ah, nein, das war wohl aus Stahl. Ja, das steht da nicht. Ich lag nicht auf Facebook. Nächste Runde von Sekunden. Buchstabe? Äh. Hatten wir auch schon 10.000 Mal heute. Das sind mit den ganzen anderen Buchstaben. Weiß ich nicht. Die haben heute Urlaub. Das ist ja immer... Das ist jetzt einmal ja nie. Äh. Den Spiel. Das ist nicht so schlimm. Hm. Wenn man zu oft Shutdown-Fluss spielt, da kommt man auf nichts mehr. Denk in der Sachen. Das ist euer Ernst, oder? Ja genau, halt die Presse. Das ist euer Ernst, oder? Ramm halt's Maul. Alter, wie soll man denn da gewinnen? Also Mannheim, Murnau und Mainz. Missgeburt, Mösenpropel und Mutterficker ist auch schön. Er war mit seinem Ficker. Mein Revier, bitte ne Kabel-Eins-Serie. Marvel Universe und den Matador-Simulator. Was? Tja, komm, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Den Getschlocker sucht's einfach bitte. Gibt's nicht. Ich weiß es nicht, sucht's einfach. Matador. Game Order, Game Order, oder witz? Natürlich gibt's das nicht. Ja okay, dann gibt's halt nicht. Das ist mir egal, war aber witzig. Made my day und Martin LP. Martin LP. Den gibt's bestimmt. Wollt ich schau. Den gibt's halt oben. Das ist fast zu geil, wie das gerade war. Schick mal den Link. Yeah! Da, wir können... Das bildet einfach nur. Ich verclick mich nochmal. Nice. Ist das scheiß Ernst? Sorry, das muss jetzt in die Aufnahme. Michael Jackson mit Madonna ist okay. Müll, M ist glaube ich nichts. Mutterkuchen, der Gau... Alter, ne... Es gibt Länder, da kannst du platzante essen. Ist mir egal, ich will's nicht wissen. Meine Haare in meinem Gesicht. Mortierte Ameisen, die mich in den Hohen fasselt. Geht's ruhig, wollte ich sagen. Ey, du musst dich bewegen. Mach ganz schnell, sonst bist du auch klar. Oder einfach bestätigen, drücken. Ich glaube, fünf Runden ist ne gute Anzahl. Deswegen ist wir acht Minuten und zwei Runden haben wir noch. Ähm. Hm. Ja. Ich hab hier gleich noch ein B ein. Loll, er ist ja... Äh. Was ist denn eine Serie mit B? Das ist ein Beispiel. Mh... Bernd, ein B? Jemand, ein Typ? Den YouTuber habt ihr never ever, weil ihr... Banausen seid. Ihr seid einfach Kultur-Panausen. Was ist der Banause, der YouTuber? Ne. Bester YouTuber on Earth. Ist das nicht euer Ernst? Ist das nicht euer Ernst? Alter, Alter, Ramm. Ich drück einfach Alter in den Deck, ist mir jetzt egal. Behinderte Skins. Berlin-Brücke, Babenhausen, Buckel-Wahr-Liebhaber, Bananendepp und Behinderte Skin. Bulle von Tölz. Oh Gott, Ramm, halt deine Fresse, Ernst. Na ja, aber... Banished, gut, das ist ein gutes Spiel. Berlin 41. Brett LP. Brett LP! Den gibt's bestimmt. Den gibt's wirklich bestimmt. Boah, oh Gott, du hast die Lanator geschrieben. Den muss ich eigentlich verklicken jetzt. Sorry, dass mir jetzt... Der Einzige, der mir jetzt auf die Stelle eingefallen ist. Ist alles gut. Es gibt's... Band ohne Namen. Die gibt's? Ja, glaub ich dir sogar. Gibt Brett LP? Die gab's damals hier immer. Es gibt DAS Brett LP, also ja... Ja, komm, das geht durch, würd ich sagen, ne? Husen, der in die gewaschen wird. Banane, die alt ist. Band ohne Namen. Brett, ich wollte Brett im Arm schreiben. Aber... Erzählt nicht. Ja, ja. Hallen die Eier. Ja. Lippt. Ich glaub, das Bild war grad nicht so richtig klar. Ich weiß jetzt schon, dass ich sowas von... Dass der Raum gewonnen hat. Uh, und was Neues. Oh, das hatten wir noch nie. Äh... Äh... Gibt's ne Wett mit U? Nein, sag ich, gibt's ne Wett mit U. Aber ich kenn keine. Etwas, was weh tut. Äh... Hab ich noch keine Band. Es zählt Y und das U? Ja, ne? Äh, nein! Schade. Ähm... Der Raum ist jetzt eh schon wieder in 10 Sekunden fertig. Boah, Bandmusiker, Vater, Scheiße, nochmal! Ich werd nicht hörsel, wenn der Band, die mit U anfängt. Als Fass... Alter, das kann doch nicht! Alter, das kann doch nicht! Oh mein Gott! Deswegen, was kannst du? Untermensch... Alter, das ist doch ein Scherz! Alles, was ich hab, ist doppelt! Und unschöner Mensch! Underworld... Ich... Ich... Wir waren mir jetzt jetzt sicher bei Unterfeinden. Ich glaub, das gibt's. Ich glaub, das gibt's. Ich glaub, das gibt's. Ich glaub, das gibt's. Wirst du umgespielt, das ist auch doppelt! Fick dich doch! Unterfeinden, die Krimi-Drama. Wisst ihr, wer... Warte mal, warum... Warte mal, warum... Umgespielt und... Unge ist ja noch zwei verschiedene, oder ne? Wer ist die seine Person? Weil... Wer ist UKF? Äh, Musik? Ja, Musik, ja. Ähm... Ja, es ist ein Film. Unterfeinden. Aber der... Also ein deutscher Film, der auf ZDF lieb, also... Unterarmgeruch. Diggi, die... Steckende Sachen... Anacom 2, oh... Steckende Sachen... Urin, während er auf dich zufliegt... Wieso? Das ist wichtig, dass er auf dich zufliegt? Ungef... Ja, das ist wichtig. Unterarmgeruch... Und Diggi, die wehtun, Urin ins Auge kriegen... Warum bist du doch nicht wehtun? Und Unterarmbruch. Nee, das lass ich nicht gelten, denn Urin ins Auge... Hä? Hä? Warum tut's das weh? Das ist ne Story, die ich erzähle, meine stinkenden Sachen, wenn dann kommt das zweite Kapitel, bei etwas, das doll wehtut. Urin, der auf dich zufliegt, dann kriegst du den voll in die Fresse, oder? So... Okay, mit hoher Geschwindigkeit mag er vielleicht wehtun. So, Ram hat gewonnen, was wetten? Komm, ich mal eine Runde? Nee, das war's schon, ne? Nee, das war's. Ja, Ram hat auch noch gewonnen, das war da auch noch spaßig aus. Ja, natürlich. Ja, mit was schon ab? Halt die Fresse, Kai. Alles klar, mit dem Spiel wir nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschö. Tschö.